Äh, wenn ich ein bisschen vom Dreck ihrer Verwandtschaft erfahre, wären sie interessiert? Ja, ich glaube, ich würde. Okay, und ganz ehrlich, also bisher, ne? Er ist mir am sympathischsten, ganz ehrlich, ich sag ihm das jetzt. Okay, ja, und Adam Dunstern ist völlig pleite, er bettelt praktisch um Geld. Okay, ähm, erinnern Sie sich an Ihre Freunde, Chris? Gut, äh, einem Giovanni geholfen, die anderen mit Schuld zu beladen. Was steht denn jetzt hier? Haben wir jetzt hier irgendwo? Mh, nein, ist das hier auch nicht. Wir haben, der ist anwesend, der Giovanni infiltriert. Jetzt finden Sie den Sakrophag. Gibt's hier noch irgendetwas? Nichts mehr, ne? Oh mein Gott, nix interessantes. Okay, aber wir haben, wir haben gerade Erfahrungspunkte gekriegt. Das heißt, wir können Ausweichen höher machen. So, okay, und jetzt können wir das Buch lesen, guck mal. Böser Affe, keine Banane. Ein unter einem harmlosen Umschlag verstecktes Handbuch der Les Assassins, ne, Les Assassins des Roulons. Einer Terrorgruppe aus Kiebeck. Ist das richtig? Ah, ich hab keine Ahnung, ob ich richtig lese. Es enthält die Geheimnisse, wie man Kugeln, Zügen und anderen Geschossen ausweicht. Erhöht ihr Talent ausweichen. Lesen. So, haben wir. Jetzt speichern wir das mal. Guck mal, was wir alles verpasst hätten. Ich wette, der Sarkophag ist unten. Es macht ja auch keinen Sinn, dass er hier oben wäre. Aber ich möchte trotzdem mal gucken. Hello. Geht hier irgendwas? Keine Ahnung, was das hier für eine Party ist. Die ist irgendwie öde. Mein Herz. Ey, aber schießen können die nicht, ne? Alter, ich wollte das nicht. Alter, Falter, Laden. Uff. Ich wusste, dass ich es irgendwie verkacke. Ich hab nicht gewusst, dass die Tür abgesperrt ist, die Tür. Fuck my life, ey. Okay. Okay. Hier sind jetzt irgendwelche Zimmer. Oh. Hier ist schon hochwertig, ne? Oh. Stufe 10. Kann ich mich auf Stufe 10 hochballern? Nicht, ne? Wie viel haben wir? Schlösserknacken 6. Wenn ich das mache, ich will mal wissen. Schlösserknacken ist dann auf 8. Okay, also wir können höchstens zwei Stufen hoch. Das reicht dann auf jeden Fall nicht. Nix. 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 Okay. Bücher. Ah, und das ist die verschlossene Tür. Wow. Deswegen haben die mich angegriffen, weil ich kann doch so hier auch rein. Lol, ey. Was ist hier eigentlich los, Mann? Das ist ja echt... Hier, eine fette Waschmaschine. Hello. Hier kann man nicht rein. Hier kann man schon rein. Oh. Gucken wir mal. Wie schön. Es ist aber alles sehr kalt hier, vom Gefühl her. Aha, hier hätten wir von hinten reinkommen können, ohne Einladung wahrscheinlich. Ist auch 10? Ist bestimmt auch 10, oder? Aber das Ding ist ja auch, ich wollte einfach nur wissen, was hier so noch abgeht. Wir müssen ja nicht überall reingehen. Hier geht's ja nicht weiter. So, wieder hier lang. Warum auch immer diese Tür da abgesperrt ist, ne? Die hier. Was aber immer hier drin ist. Ich frag mich, ob da irgendwas Besonderes drin ist. Naja. Naja. Gucken wir mal weiter. Hier waren wir noch nicht. Wundert mich, dass hier keine Wertgegenstände sind, die wir mitnehmen können. So was wie eine Uhr oder so. Wir finden ja irgendwie überall irgendwas. Auch 10. Hm. Schade. Wenn wir anders investiert hätten, die Punkte, dann hätten wir vielleicht hier reinschauen können. Aber man kann ja nicht alles haben. Wieso? Kommt man hier rein? Hier auch nicht. Ups. Bin ich jetzt wieder rausgegangen? Ja, ich bin wieder rausgegangen. Okay. Schade. Schade. Wo sind wir gerade langgegangen? Was hier? Oh, ich bin so dumm, ne? Hä? Hä? Was hab ich jetzt gemacht? Achso, jetzt hab ich den Sprecher schon wieder geladen. Ich weiß nicht mehr, wo ich eigentlich hingegangen bin. Ach, hier war das. Und was ist hier? Okay. Äh, gut. Haben wir das jetzt gemacht? Ja, ne? Wir haben doch jetzt die Punkte. Genau, auf Ausweichen ist jetzt voll. So. Jetzt würde ich gerne wissen, wenn ich jetzt hier weiter runtergehe, ob die Tussi da noch ist. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Hab ich vergessen. Ja, sie weint noch. Wollen wir da runterspringen? Nö. Geht nicht. Da ist sie. So. Wie geht das? Nö. Das geht nicht. Ich kann nicht von ihr trinken. Das wollte ich nämlich wissen. Ach, hier ist dieser Tisch. Also wenn man sich draufstellt, kann man wahrscheinlich selber sich hochfahren. Okay. Ja, aber warte. Da war ich hier das Kampf. Zombies können wir wahrscheinlich nicht auswirken. Oh, da ist ein R weggespawnt. Uff, was ist das für ein Grafikfehler? So, gucken wir mal. Okay. Wie zu sehen die mich? Wer sieht mich? Ich speichere nochmal. Und wenn ich den ganzen Weg neu laufen müssen? Anwesen Krypten. Sieht auf jeden Fall krass hier aus. Das ist die Frage. Wahrscheinlich wird das auch runterklappen, richtig? Ah, das war Glück. Aber guck mal, wenn wir genau in der Mitte laufen... Ah, hier wären wir also rausgekommen. Aber jetzt die Frage, ne? Ich würde trotzdem gerne mal schauen. Das Ding ist nämlich... Manchmal gibt es ja irgendwas Besonderes an solchen Stellen. Ich möchte einfach wissen, ob wir irgendwas vergessen würden. Irgendwas? Ne, leider nicht. Aber hätte ja sein können. So. Was ist denn da los hier? Was ist denn da los hier? Ich peile nicht so richtig, was das hier ist, Alter. Ganz schön wirsch. Aber Zombies fetzen macht schon Spaß. Was ist das hier los? Achso. Was ist das hier so? Ich bin ein bisschen unsicher. Alter, frag mich nicht, ne? Oh, war das richtig? Das war jetzt alles sehr verwirrend und keine Ahnung. Krass, was ist hier los? Ah. Hm, sagst du also, die Kuei-Gin haben sich eingemischt und haben die gar nichts wissen über den Sarkophag, haben einfach den Sarkophag geklaut oder so gesehen von den Giovanni erschlichen? Äh, lassen sie uns über dieses Problem reden, worin es auch bestehen möge. Alles klar. Was für eine Übereinkunft, wovon sprechen Sie da überhaupt Schwachsinn? Es gibt keine Übereinkunft. Ich hole mir ein Pressesprecher, Sie haben öffentlich keine Ahnung, äh, offensichtlich keine Ahnung, welchen Ruf ich schon genieße. Keine Angst, niemand macht sie verantwortlich, ich sage es Ihnen schon. Ich will wissen, was für eine Übereinkunft. Wir geben Ihnen noch eine Chance, um dieses Ort zu verlassen und Ihr Leben zu halten. Du wirst gehen? Nein? Mir schreibt niemand vor, was ich zu tun habe. Das tun ziemlich viele, aber ob hier jetzt Schluss damit, nein. Ähm, da ihr Double Dragon Flüchtlinge, was? Na schön, ihr Double Dragon Flüchtlinge dann mal Butter bei die Fische. Äh, also ich sage, ich habe meinen Auftrag, also bleibe ich. Okay, tut mir leid, das bekommen sie nicht. Aber die sehen mich ohnehin, ne? Egal, wo ich bin. Au, what the fuck? Oder? Der ist jetzt aber unfair. Aufkommen. Au. Au. Ich glaube, ich werde verrennt. Ich muss mich mal verpissen hier kurz. Warte mal. Ich mache mal einen neuen Speicherstand. Ich weiß, es ist ein bisschen spät dafür. Ich versuche es jetzt aber einfach mal. Ne. Hat nicht gereicht. Laden. Ich werde wahrscheinlich jetzt... Scheiße. Entweder packe ich das jetzt oder ich muss es alles nochmal machen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Ich könnte jetzt einfach kurz wegrennen. Oder auch nicht. Äh, ich versuche mal direkt anzugreifen. Ich will das nicht dann mal alles normal machen jetzt. Ich muss das alles normal machen. Shit. Ach, muss ich nicht? Hab ich hier gespeichert? Ne. Oh, fuck my life. Okay, aber jetzt bekämpfe ich die Zombies nicht nochmal, ganz ehrlich. Ich weiß nicht mehr, wo es lang ging, ganz ehrlich. Ich muss jetzt hier gucken. Ich muss hier einfach durchrennen. Ja, nein. Ich muss jetzt nicht mehr so schön. Voll nervig. Es tut mir wirklich leid, Leute. Ich habe es nicht vorhergesehen, dass ich jetzt, äh... Oh, ja, natürlich, Gehirn. Jetzt, jetzt, ne? Ah, auf, auf, auf. Jetzt tut euch. Aua. Ich will das nicht. Jetzt bitte durch. Danke. Versuche hier einfach durchzuraschen. Ich will das nicht mehr so gut machen, wie das hier mit dem Grafik-Bugs manchmal ist, ne? So. Da hat jetzt Gott sei Dank doch nicht so lange gedauert, aber jetzt werden wir das Gespräch nochmal führen müssen. Und ich muss nach dem Gespräch sofort speichern, aber sofort. So. Ja, 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 ich weiß. Ach, kann, ach, kann man nicht aber sprechen? Lassen wir uns reden. Äh, was für eine Beeinkunft. Äh, ich habe meinen Auftrag, also bleibe ich. Tut mir leid, das bekommen sie nicht. Speichern. Speichern. Zack. So. Sehr gut. Und jetzt einmal wegrennen. Ich muss mich ein bisschen auf meine anderen Künste verlassen. Ich weiß nicht, wo genau die abchillen. Ich will auch nicht so sichtbar sein, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ich weiß, da ist einer von denen. Wo ist es denn nicht so hell besser? Es ist überall hell. Ja, da ist einer. Oh, fuck, krass. Uff, uff, uff. Bruder, jetzt sind wir dran hier, aber. Aua, 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 aua. Hm. Ich habe Angst. Ich glaube, anders als so werden wir es eh nicht schaffen. Außer die zu verarschen. Also. Ich kann jetzt mal ein bisschen recken. Ich speichere nochmal, weil das jetzt gar nicht so scheiße aussieht bis jetzt. Warte. Hier ist die dunkelste Stelle, glaube ich, allgemein. Ich weiß nicht, wo die abgammeln. 91 ist allgemein sicher. Schmeißt einfach. Besser. Besser. Chillen die mal ab. Und so machen, dass sie herkommen. Ja, Tatsache. Ja, Tatsache. Ja, Tatsache. Ja, Tatsache. Ja, Tatsache. Hm. Komm nicht mehr. Dreh doch jetzt. Hä, lol! Schnell sind sie halt weg? Schnell! Du schießt so viel Muni, ne? Aber die sind auch ein bisschen asozial. Guck mal, sobald die uns nicht mehr sehen... Fortschritte! Fortschritte! Also ich schaff die nicht so, das könnt ihr knicken, normal zu kämpfen. Warte mal. Guck mal, wir haben da nur ne Schrotkarte, die nehmen wir durch. Ist auf jeden Fall lauter. Guck mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das war effizient, das war gut. Passiert uns nicht oft. Na? Das müssen wir jetzt aber auch schaffen, ne? Ich hab noch 8 Schuss, komm jetzt! Der ist down. Na? Warum kann ich nicht... Ich will nicht mehr schießen. Ja, lol. Letzter Schuss. Okay, wo ist denn der Klingenbruder? Oh, lol. Okay, komm. So. Okay. Hä? Wow. Wir können uns nicht mal den Raum anschauen, nix. Okay. 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 Okay.